Pflegekräfte leisten einen unschätzbar wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und wir würden uns doch auch alle selbst wünschen, dass sich die Pflegekräfte für uns Zeit nehmen können und ihre Arbeit gewissenhaft machen. Aber das funktioniert unter den aktuellen Arbeitsbedingungen nicht. Und deshalb fordern wir mehr Geld für Pflegekräfte, eine 35-Stunden-Woche und mehr Personal. Und wir möchten, dass die Arbeit der Pflegekräfte in Tarifverträgen geregelt ist. Und wir werden die gesetzlichen Pflegeversicherungen dazu anweisen, nur mit solchen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, die auch nach Tarifvertrag bezahlen. Ich bin Viktoria Brossard, eure grüne Bundestagskandidatin. Und ich möchte eure Stimme für Rosenheim in Berlin sein. Aber dafür brauche ich eure Unterstützung. Deshalb am 26.09. grün wählen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.